so servus youtube und herzlich willkommen zurück zu let's play chaser hat ein bisschen länger gedauert mir ist noch ein bisschen was dazwischen gekommen aber wir machen da weiter richtig aufgehört haben und zwar war das den sturm auf die festung nachher genau leck sind immer uncool dringend sind das gebäude ein was bevor sich das tor schließt uncool d 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 das kann ich mir auch ist das glas finden Sie aus wie man die Tür öffnet und lassen Sie uns rein ok ah alles klar alles klar alles klar die machen die Planung scheiße komm schnell ja wer schießt denn da hab ich ihn erwischt? Boah ich glaub ich hab ihn erwischt ja scheiße das geschützt ist natürlich jetzt ein bam komm schnell ich komm immer auf T statt zum nachladen das geschützt ist geschichte ok ich hoffe dass die da jetzt nicht ganz zu viele Geschütze haben das ja natürlich ultra bescheiden ok den einen hab ich erwischt hier liegt auch massig mit leck ein bisschen nachladen 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 wo hab ich da grad hehehehe das bündel ist gelaufen und du bist stört hehehehe kann ich nochmal absprichern go 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 power ranges du di 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 go go power ranges hehehehe hehehe 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 du hast keine Chance gegen den ähm Megaskiller da wird jemand auf mich geschossen da ist natürlich aber nicht rein die Sicherheitskarte sag mal jetzt sag ist hier irgendwie ein Ultranest naja irgendwie da voll viel Gegner spawnen oder kommen oder beides Fleckraut ein bisschen das ist natürlich unschön ähm ja oh Gott heute hab ich's echt mit der Steuerung ja wow Leute macht mal hier keinen so'n krass alles klar öh die Tür wieder auf jawohl so macht mir dies so wissen wir hier keine Chance hat der Kollege ich hab meine Ausbildung mit 3xA bestanden aha scheiße jetzt hab ich mich zu schnell dreht ah ne ich weiß wo ich bin alles klar kein Problem kein Problem aber ich weiß nicht wo es lang geht im Zweifelsfall immer die Tür nehmen die nicht verschlossen ist oder die Treppe die nicht verschlossen ist warte 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 was was wer ja ja man im epic slow motion die Waffe haut der mal voll rein oh oh der Marcel ist online ob der wohl heute was aufnimmt muss ich ihn da mal im Team Speed fragen ok ah Leute genau bevor ich's vergesse ich hab äh äh ich plane noch ein paar andere Let's Plays und dafür brauche ich noch dringend Leute und zwar hey ja ich bin bei dir ähm Core Let's Plays wie zum Beispiel Borderlands 1 und 2 also wer Interesse hat wird mich wird mich über eine PN freuen wenn ihr euch meldet also ihr seid dann auf jeden Fall dabei aber ihr ihr seid durchgefallen oh 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 nein wo hab ich zuletzt gespeichert fail komm 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 boah perfekt oh das pisst mich jetzt grad ein bisschen an dass die schnell 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 ah sorry Leute ok also ich hab eigentlich dachte ich hab den getroffen alter wer schießt denn da aber aua 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 aber aua aua aber aua ich erstmal schön auf meine Energie achten beide erwischt gut aber das war nicht so geplant jetzt hoffe ich mal dass da unten noch irgendwo ein Halfcat liegt aber das ist schlecht naja komm schnell 30% äh 35 ja 30 scheißegal 30% gehen ziemlich schnell weg hm egal ich speicher oben einfach nochmal ab blööö also wie gesagt Leute ähm Borderlands Let's Play Borderlands 1 und 2 und halt dann immer wieder mal Let's Show Battlefield 3 also wer Interesse hat einfach mir Bescheid sagen mich anschreiben oder in Steam anschreiben ähm dann können wir das machen ne da Booter da der liegt am Boden da da oh mein Gott habt ihr das gleich gesehen ich glaub ich hau erstmal das ist das Party Animas Party on UGH ich kann die Tür auch nicht mehr zumachen hier lässt nur eine die Waffen fallen mein Freundchen und das bist du ich muss schon alles nachladen was die Sniper das verstehe ich nicht so jetzt hoffe ich mal komm schon ich weiß dass du da jetzt gleich durchkommst ja scheiße der war bestimmt kacken der Freundchen das ist ja Ultra, wer trifft mich da? Wie viel Leben habe ich noch? 16 So, was hat mich da jetzt getroffen? Ah Und im Schrank ist was drin Wie Da war doch was drin, ey Ist da was drin? Nein Was war das? Loll Ich vergröme mich jetzt erstmal hier hinten Weil hier kommt nämlich jetzt erstmal ein Save Und ein Cut Da Leute, vielen Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Schügeloo Schügeloo Schügeloo